Hallo, schön, dass Sie sich für den Halo Bolt entschieden haben. Der Halo Bolt ist Ihre Starthilfe-Funktion über die kalte Jahreszeit hinweg und natürlich Ihre mobile Ladestation. Benötigen Sie Starthilfe, gehen Sie zu Ihrer Batterie im Auto, schließen bitte mit den mitgelieferten Starthilfe-Kabeln den Halo Bolt an. Diese werden hier vorne eingesteckt, die passen auch nur in eine Richtung rein. Danach drücken Sie bitte daneben den Knopf. Der Halo Bolt checkt jetzt Ihre Batterie, ob alles in Ordnung ist, ob sie ready ist für eine Starthilfe. Ja, das ist sie. Leuchtet er, steigen Sie jetzt bitte ein und starten Ihren Wagen. Das ist aber nicht alles. Mit dem Halo Bolt können Sie auch Smartphones, Tablets und viele andere Geräte über USB laden. Dazu haben Sie in der Mitte zwei USB-Anschlüsse. Drücken Sie dann bitte die Taste dazwischen und schon wird Energie Ihren Geräten zur Verfügung gestellt. Und somit haben Sie wirklich ein mobiles Gerät für die Starthilfe und fürs Aufladen unterwegs. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020